Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grounded. So, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Grabraub wollten wir heute machen. Unimann Leggings. Aber wir haben ja hier noch unsere Milchzähne, die wir noch nicht verwendet haben. Dann würde ich sagen, wir gehen rüber zum Reich auf die andere Seite und holen uns da die beiden Milchzähne noch. Die im Wasser können wir noch nicht. Da haben wir noch gar keine Luft für. Dann gehen wir zum Börgel, lösen die ein, machen uns eine Ameisenrüstung und machen den Grabraub. Aber Ameisenrüstung müssten wir uns, glaube ich, zuerst bauen. Dann brauchen wir nicht ständig hin und her. So, das wäre... Wo ist dann die Ameisenherren? Da ist er. Machen wir den mal. Dann brauchen wir noch Armschoner. Und wir brauchen noch die Knieschoner. Keine Seile mehr. Keine Seile mehr. Ähm, habe ich denn noch... Ja, habe ich... Machen wir schnell noch Seile. Zwei Stück, ne? Da waren noch zwei. Und das. Dann... Den Rest vom Schützenfest wieder hier in die Kiste. So, Ameisenteile, Ameisenteile. So, wie sieht... Wie sieht... ...meine Rüstung aus? Hm, hm, hm. Was brauche ich da zum Reparieren? He, he, he. Ich habe zwei Beerenleder. Ja, sehr super, ne? Der, der, der... Ja, kostet überall. Ein bisschen älter ja noch. Kostet ja immer. Ähm, Einbeerenleder, ne? So, dann, äh, zum Teich. Ähm, wo ist hier der Ausgang? Ach so, hab ich ganz vergessen. Ich habe mir hier so ein Ding gebaut. Damit die Ameisen hier nicht reinkommen und mir ständig mein Essen klauen, wenn es hier so... Ich weiß jetzt nicht, ob die da durchs Fenster herankommen. Wenn doch, werde ich das Ganze nach oben verlegen. Also ein Stockwerk höher. Das ist jetzt nur mal die Starter-Base, damit ich meine Ruhe habe. Okay. Hm. Da könnte man noch ein bisschen was nachlegen, jetzt mal. Hier, ne? So. Seile. Das drüber und dann... Das drüber. Zack. So. Los geht's. Stärkzimmer. Wasser hängt da unten noch ein Tropfen. Mitten in der Luft. Das ist halt passiert, wo ich hier alles drüber getragen habe. Der Taufhänger auch. Aber der hat die Wassertropfen hier gelassen. Aber das gibt ja keine Rolle. Gehen wir zum Bürger. Nein, wir gehen zum See, ne? Zum See. See, Steine. Wo war doch der Plan. See, nicht Steine. Äh... Drei Marienkäfer auf einem Haufen? Drei Marienkäfer auf einem Haufen? Tatsache. Hm. Gut. Und was wappelt da unten? Das ist ja noch einer. Drei Marienkäfer. Vier. Jetzt geht's aber los. Gibt's hier eine richtige Marienkäfer-Plage. Zum See. Nicht Steine. Milchzähne suchen. Was heißt suchen? Abfarmen. Zwei Stück können wir noch ran. Zwei Stück. Didi, 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 Didi. Didi, 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 Didi. Ach so. Zum Börgel Maden holen. Dann. Zum Börgel Maden holen. Und dann. Warte, wo war denn? der eine milchzahn war doch da hinten dann rüber da dann rüber da eigentlich egal ja käufig genau ich habe ich jetzt gebraucht ganz genau moment wartet was ist das wie soll man denn da haben die das ding verschoben aber der punkt ist immer noch da da kommt doch kein mensch ran oder wenn man das mal testen wenn das testen wir jetzt mal das ist ja wie so jetzt da hoch geht er auch er ist noch da diese eine punkte oben sind wir in der luft ist nicht denn da rankommen wie das glück gehabt und jetzt geht das wieder los rennen fast hammer oder so komme ich nicht ran ich muss mehr anlauf nehmen und das ist aber heute gar nicht unsere direktive egal ging um zähnchen dann machen wir das auch so zack mega milch muller läuft sich eigentlich schneller ohne waffe in der hand ist das jemand irgendwie nicht hätte ja sein können dort möchte ich natürlich um gern mich mit den dächt mücken prügeln ich keine lust für war doch hier irgendwo in der nähe da vorne leuchtet er schon oder so doch ja das war wohl immer schon mal gerade hier sind wie wäre es dann mit kohle stückchen wie wäre es mit kohle stückchen dürfte ja jetzt auch nicht mehr allzu weit sein oder doch das ist noch ein gutes stück soviel zu meinem plan warte kommen wir vielleicht an den einen zahn da unten noch an moment habe ich denn überhaupt ich habe kein messer kein nix das können wir vergessen lasst mich in ruhe ich lasse euch auch in ruhe noch da sind sie doch dann haben wir auch was zum analysieren beim bürgel diesel weiße und gleich hier ins wasser keine stechmücken keine stechmücken dann sagte ich raus zum bürgel ne genau ja bomben haben wir auch noch nicht das ist den wolfspinnen die den zahlen kriegen wir auch nicht ganz toll aus gewichen alles analysieren auch mal nämlich und vielleicht noch ein bisschen und vielleicht noch ein bisschen angst heißt das ist doch nicht wahr das grüne zeugs was hier überall wächst was heißt überall hier schon mal nicht er gibt keine was da meinte ich was schön mitnehmen zum analysieren wo war knapp die brauchen wir nämlich für smoothies die dinger da Spinnenfangdeutsch fehlte uns noch ne da war was da sind wir auch schon beim bürgel mit zähne eintauschen hallo komme 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 so quest habe ich noch keine abgegeben so schau mal maximale mutationen wir haben acht gehen wir mal auf das hier jetzt brauche ich vier jetzt kann ich vier mutationen anmachen wie geil ist das denn und einmal maximale ausdauer so ich bin da nicht fertig junge was fehlt noch rohstoffgröße rohstoffgröße das ist essen ich glaube das nicht so wichtig ich würde den mal nehmen 16 16 supi und den auf 8 gehen oder Pfeiler auf 23 ne wir gehen hier auf 8 oder wir warten bis wir mehr mehr goldene 10 haben und gehen hier gleich auf 19 also 16 ist schon gut ich warte so habe ich ihn jetzt gefragt ja habe ich über die 1.800 was 3.380 wollte ich die sparen ja 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 doch ich ja kosten da kann man ja noch mehr draus machen weiter 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 hier den analysieren und den 30 punkte fehlen ist level 9 ok inventar voll war nicht anders zu erwarten wieso muss ich eigentlich das ding nicht analysieren ja gut jetzt geht's zum Ameisenhügel wie kommen wir dann da am besten hin so wir sind jetzt hier wir müssen dahin ja hier so vorbei also rechts rum Uhrzeit 1558 könnte klappen ihn schon anderen nicht hier überhaupt gesammelt ja hatte ich wohl rechts rum rechts rum rechts um den baum mehr halt stopp da war doch was 5 wo bist du ja mal an schleim grupp grupp hier wimmelt aber auch ganz schön ja ja wo ist der andere hin der ist doch hier irgendwo hoch gedackelt ja ja da ist er noch mal noch mal ok wieso häng ich hier fest nein halt mich hier unnötig auf oder so fadenhaut 3 ist in ordnung ameisenhügel frage ist ist es nicht schon zu spät so wenn ich da bin ich auf dem richtigen weg das kommt mir irgendwie komisch vor ich würde gerade sagen was viel weiter rechts so sommer ja doch perfekt stimmt schon irgendwie geht's da durch was ist das denn hier das muss wohl muss ich wohl gewesen sein dann liefern wir das mal schnell zu hause ab